jo leute und willkommen zurück zu super mario michael online und heute zocke ich ein paar beziehungsweise ein paar level von einen bestimmten abonnenten von mir ich werde auch wenn ich werde jetzt ein link zu google formula ja in der video beschreibung verlinken damit ihr auch wir senden könnt auf die ich irgendwann mal zugreifen werde aber nun wird das level gesucht und es ist auch schon gefunden ein körper von zero rising alias jan na dann sehen wir uns das mal an hier ist die ein super mario level hat es vielleicht ein bisserl blöd da kann man hoch ich sehe viele wege jetzt das jetzt nicht schlecht reden aber ja dieser mond ist böse versteckt und ist ein bisserl böse 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 da ist nichts zu sehen hi ciao ein paar 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 warten wir mal auf den ab den nehme ich mal ganz gechillt mit feuerblume also es gibt viele wege aber ich weiß nicht wohin ich muss und ich bin dumm wie brut naja aber immerhin gibt es hier ein stern es sind viele power-ups zu finden also schwer ist er nicht sagte er und wurde jetzt auch sogleich auch noch von einem lächerlichen gegen treffer getroffen das kann mir nur mit dem an mit anlauf hält sie das sieht nach ziel aus ja wir haben das erste level geschafft also ich muss sagen es ist es gibt sehr viele wege es ist fair aber hat meine meinung nach zu viele items bekommt aber trotzdem einen stern von mir was jetzt aber sehr lange dauert dankeschön ich muss mal gucken was er so hat super mario world super mario world super mario world also gönne ich mir super mario world 21 münzrohr maschine zero zero so ich habe die kommentare auch noch an ich habe es die ich habe vergessen sie auszuschalten naja solange es nur designer kommentar ist es eigentlich mir wurstsemmel gibt es hier irgendwas also ich sehe hier nix und sichtbare blöcke wie gemein das trampolin ist sicherlich etwas unnötiges in diesem level ich versuche nicht zu spielen sondern bisschen die sie gritts raussuchen in diesem level schönen wolkenweg da haben wir jetzt zu feder ja ah ff fail 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 ffff ok da geht es ein bisschen in der party Tschüss Koopa Okay, da ist anscheinend ein Secret gewesen sicherlich gab es irgendwo ein secret aber was soll's ein sehr sehr einfaches level es ist schon fast automatisch beenden also ich sehe dass er sehr sehr viele super mario world level hat hey das sieht interessant aus carmex auftritt bei zero das möchte ich mir mal rein ziehen 2 sieg comics auftritt okay erstattet mal wieder mit ok nicht wieder sondern es ist wieder mal ein super mario castle ich musste rein wahrscheinlich ach komm ich leg mich doch das habe ich schon wieder so spät gesehen dass da oben eine kanone ist gebe ich ehrlich zu das ist mit der kanone ist mir schon ein bisschen gemein gemacht ok rein da rein da ok es hilft hier nicht ok dann versuche ich mir ein bisschen zeit zu lassen ich springe einfach mal darüber ok da konnte ich mich jetzt nicht mehr mich wehren das ist das jetzt ein reines dran sollen level checkpoint und ein in wösser block mit einer fächer mit einer feder mit einem fächer ist das jetzt eine scheiße ach du scheiße ach du scheiße nee man das kann dann wahr sein ok das ist schon ein bisserl böse das level wir wissen nur du bist du da durchkommen und der gegentreffer hey da schwede ich habe mich gerade wie lange man wie lange er gebraucht hat für diese stelle ja war wo geht es lang was muss ich machen kann ich das bitte immer für cool also wo nicht in ihrer laba dankeschön laba 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 mr laba laba spin jump junców laba 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 jôm updates ஆ Sprengkommando, Dommy, der Master. Ah, was soll das? Junge, Junge, Junge. Okay, bist du blöd, diesen Schlitz da zu treffen. Okay, aber ich brauche dafür einen Schlüssel. Okay. Okay, da ist zu. Und da hochkomme ich nicht. Auch nicht mit der Hilfe von diesem Idioten hier. Lass mich mal... Oh. Fuck. Fuck. Okay, Peace Beach wurde aktiviert. Ohohohohohoho. Das sind wie dann Haufen Koopas. Das war natürlich nicht sehr... Toll. Okay, erstmal den Goomba mitnehmen. Und dann in den Playstation-Zauber von Kamek reinjumpen. Nice. Ich habe mit den Goombas können wir auch sogar diese Dinge hier andotzen. Aber ich glaube, ich habe jetzt eine nette Idee für mein nächstes Level. Oh, das wird ein schönes... Oh, das wird ein schönes... Das wird eine schöne Idee. Ich freue mich jetzt schon drauf beim Bauen. Wenn es... Wenn das natürlich klappt, ne? Das wäre... Oh, das wäre... Das wäre... Das wäre... Das wäre... Das wäre jetzt ein sehr, sehr unnötiger Gegentreffer. Bosskampf. So, den mal mit... Äh... Achso, Moment mal. Äh... Kann das sein, dass ich diese beiden Kameks... Äh... Am Lesen... Äh... Nicht am Lesen. Am Leben lassen hätte sollen. Und nicht sie vorher umbringen müssen. Besteht es denn die Möglichkeit? So, genau. Die muss ich am Leben lassen. Na toll. Und ich kann nicht mehr zurück. Scher... Scher... Ich mache jetzt. Er muss mich selbst umbringen. Boah... Ha... Also... Dieses Level... Es ist zwar... Es ist gar nicht mal so einfach. Ich habe... Ich habe... Gedanke, es ist ein bisschen einfach. Aber... Nee... Es hat... Hat für mich... Potenzial... Muss ich sagen. Es ist... Gut aufgebaut. Es ist... Halt irgendwie ein bisschen zu kurz. Das Level. Für diese zwei Checkpoints. Kurz... Aber trotzdem... Gut gemacht. Gut designed. Aber... Er macht ja... Keine... Er macht... Glaube ich auf YouTube... Hauptsächlich... Äh... Livestreams... Verdammt... Verdammt... Na... Komm... Geh da hoch... Nee... Ich muss diese Chance... Da nützen... Okay... Oben ist frei. So... Den kille ich noch. Okay... Da kommt noch ein... Äh... Brennender Chip Chip... Und das war... Sau knapp... So... Und jetzt... Irgendwie da hin... Und... Boah... Das war jetzt mehr Glück als verstanden... Fuck... Mein Herz... Ich hatte für eine Minute... einen kurzen Herzstillstand... Boah... Oh... 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 Daumen hoch für diesen... Netten... Diesen Lacker, Alter... Und... Natürlich... Kriegt er einen Stern von mir... So... Ich hoffe... Euch hat diese... Super Mario Maker Part gefallen... Wenn ihr anlassen... Da oben hoch da... Wenn nicht... Dann nicht... Und das sehen wir uns... Beim nächsten Mal wieder... Hier... In Super Mario Maker... Ja... Äh... Ja... Und... Ich habe wieder... Das... Abonnieren... Nicht vergessen... Vergessen... Bis dann... Und... Ciao...